Schönen guten Tag erstmal jeder, der sich auf meinen Kanal oder auf das Video verirrt hat. Ich habe gestern in kleinen Anzeigen ein bisschen gestöbert nach einem alten Auto und bin dann über eine Beschreibung gestoßen, wo ich mich wirklich bepisst habe vor Lachen. Ich hatte direkt Pipi in den Augen und dann habe ich nur nach so wirren Beschreibungen gesucht und jetzt habe ich mal so eine kleine Collection für euch zusammengestellt. Und ich werde euch die auch nicht vorlesen, weil da weine ich nur und lache ich nur die ganze Zeit ins Mikrofon. Lest sie selber durch, aber am besten lest sie laut, denn wenn ihr die einfach nur leise lest, dann denkt euer Gehirn um und dann hört es sich nicht so witzig an. Ich weiß, manche Leute werden es nicht witzig finden, es ist auch okay, aber einfach mal anfangen zu lesen und gucken, was kommt. Ich habe da ein bisschen schwarzen Humor, aber mich hat es dann doch sehr amüsiert und deswegen teile ich es einfach eine Runde mit euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß damit. Tschüss. 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 Tschüss.